Ja, ich freue mich, dass ich zum Abschluss Ihrer Konferenz hier etwas sagen darf, der Titel Gemeinsamkeiten in der Vielfalt. Aber es ist nicht ganz einfach, sozusagen solch einen Vortrag zu halten, ohne Dinge zu sagen, gerade vor Leuten wie Ihnen, die Sie alle schon kennen. Oder Dinge, die, sagen wir mal, in einem Kreis wie diesem mit relativ wenig Aufwand stark zustimmungsfähig sind. Eine der schlimmsten Dinge, die es gibt, ist zu schnelle Zustimmungsfähigkeit. Dann denkt man nämlich nicht mehr nach. Ich kann aber jetzt natürlich nicht aus künstlichen Gründen Sachen erzählen, die nicht zustimmungsfähig sind, weil da müsste ich womöglich Dinge sagen, die ich selber nicht vertrete. Aber womit ich ein bisschen hadere, das ist tatsächlich der Grundbegriff Ihrer Konferenz, nämlich der Integrationsbegriff. Und ich hadere damit nicht deswegen, weil ich was gegen Integration hätte, sondern ich hadere damit als Wissenschaftler, als Soziologe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass solche wissenschaftlichen Begriffe, und das ist ein Begriff, der stammt in der Tat aus der Wissenschaft, ich werde Ihnen das gleich sagen, aus einer Wissenschaft, die Sie erst mal jetzt gar nicht erwarten werden, Ich glaube, dass solche Begriffe in öffentliche Diskurse diffundieren und mehr Bedeutung mitschleppen, als diejenigen, die den Begriff verwenden, womöglich wissen. Und deshalb möchte ich Ihnen heute, und ich erlaube mir, den Titel meines Vortrags ein bisschen abzuwandeln, provokativ Desintegration als Ziel verkaufen. Und einen anderen Blick auf das Migrantische zu richten, und zwar jenseits von naiver Schwärmerei und prinzipieller Feindschaft. Bevor ich über den Integrationsbegriff etwas sage, das Schlimme, muss man sagen, an den öffentlichen Diskussionen zurzeit über Migrationsfragen, und die Fluchtfrage ist ja nur eine der Migrationsfragen, die zu diskutieren sind, ist, dass es eigentlich nur Schwarz und Weiß im Moment gibt. Wir finden in der öffentlichen Diskussion Leute, die vergleichsweise unbedingt pro Migration oder pro Flucht reden und brauchen dafür eigentlich wenig Argumente, und wir finden Leute, die prinzipiell gegen alles sind, was irgendwie migrantisch ist. Man kann die Ersteren darüber aufklären, dass, ich habe es vorhin schon gesagt, zu große Zustimmungsfähigkeit womöglich manche Facette nicht sieht, und man kann den Zweiteren sagen, dass sie dann womöglich auch auf ihre eigene Geschichte gucken müssen, denn zumindest Europa als Kontinent ist bis jetzt nichts anderes gewesen als das Ergebnis von Migrationsprozessen. Wenn Sie am Anfang vielleicht eine etwas humorige Form erlauben, was ist gelungene Integration? Gelungene Integration ist, ich habe in Gelsenkirchen Abitur gemacht, deshalb ein Beispiel aus dem Ruhrgebiet, also in Parenthese gesagt, wenn ich nach meinem Migrationshintergrund gefragt werde, Sie hören an meinem Nachnamen, dass das kein westfälischer Landadel ist, mein Vater ist 1954 zum Studieren aus dem Iran nach Deutschland gekommen und geblieben, meine Mutter war Schwäbin, also beide keine Deutschen, aber ich bin es dann geworden. Sorry, das wollte ich jetzt gar nicht sagen eigentlich, aber jetzt ernsthaft gesprochen, wenn ich dann, ernsthaft ist übertrieben, wenn ich nach meinem Migrationshintergrund gefragt werde, pflege ich immer zu sagen, dass man mit Gelsenkirchener Abitur bayerischer Ordinarius werden kann. Das ist in der Tat hochunwahrscheinlich, aber nun ernsthaft, nun ernsthaft, dass die Menschheit sowieso, aber vor allem Europa als Kontinent, immer das Ergebnis von Migrationsprozessen war, kann man, wenn man Integration wirklich ernst nimmt, und das ist einerseits humorig, andererseits nicht, sagen, gelungene Integration würde heißen, im Ruhrgebiet, wenn Menschen, die viele Konsonanten im Nachnamen haben, auf Polacken schimpfen. Und das hört sich jetzt blöd an, aber es ist nicht blöd. Also Sie wissen, polnische Namen pflegen mehr Konsonanten als Vokale bisweilen zu haben, das ist in anderen Sprachen etwas schwieriger, und diese Namen finden Sie in einem Gelsenkirchener oder Essener oder Wanne-Eikler- oder Dortmunder-Telefonbuch bis heute, und es ist ganz interessant, das ist ungefähr so 150 Jahre her, seit diese Migration stattgefunden hat. Man kann sagen, das Ruhrgebiet als Industrieregion wäre ohne die Arbeitsmigration der damaligen übrigens katholischen Polen, die in eine Region kamen, in der vor allem die katholische Kirche für die sogenannte Integration beigetragen hat. Bis heute gibt es übrigens in allen Ruhrgebietstädten noch polnischsprachige katholische Gemeinden, was hochinteressant ist. Aber spannend ist, dass sozusagen dieses Merkmal relativ schnell verschwunden ist. Jetzt kann man sagen, das waren ja ohnehin Katholiken, aber es waren Polen. Und als polnische Katholiken waren sie unter den Deutschen zunächst einmal nicht besonders gut angesehen, weil sie eben irgendwie anders waren. Und das hat sich innerhalb von drei Generationen, zwei bis drei Generationen so, man könnte sagen, unsichtbar gemacht, dass etwa die Rate von Nationalisten und Nationalsozialisten im Ruhrgebiet nicht kleiner war als im Rest der Republik. Woran man, was auch zynischerweise ein Zeichen für gelungene Integration ist. Das heißt, solche Merkmale pflegen mit der Zeit zu verschwinden. Und derjenige, der in Deutschland die Migrationsdebatte vor etwa sieben Jahren besonders befeuert hat, ist ein ehemaliger Huguenotte, wie Sie wissen. Der Mann heißt Sarrazin. Ja, das ist ein, wie man sagen, also ein Herkunftsbruder von Thomas de Maizière. Und ich spotte darüber gar nicht, auch wenn es sich so anhört, sondern das ist eigentlich eine europäische Lebensrealität. Und wer glaubt, dass die Phänomene, mit denen wir zurzeit zu tun haben, etwas Besonderes seien, der versteht nicht, wie dieser europäische Kontinent, aber nicht nur dieser, immer schon funktioniert. Aber auch diese Sätze, die ich jetzt gesagt habe, lösen noch kein einziges Problem. Das ist das Problem von Intellektuellen, von Wissenschaftlern, die oft hingehen und sagen, naja, die Menschheit ist ja selbst das Ergebnis von Migrationsprozessen. Sie wissen, dass die Menschheit in Afrika entstanden ist. Und es gibt ja auch außerhalb Afrikas Menschen, wie wir ja hier auch sehen können. Also muss es ein Ergebnis von Migration gewesen sein. Und die Gattung hat sich in der Tat von Afrika aus, von einem relativ kleinen Gebiet aus, interessanterweise, auf die ganze Welt ausgebreitet. Das heißt, wir haben tatsächlich so etwas wie ein Urvater oder eine Urmutter, so wie es in vielen religiösen Schriften beschrieben wird, als eine Art Ursprungsmythos der Menschheit oder sogar der Welt. Spannenderweise ist es biologisch inzwischen rekonstruiert. Die hießen jetzt nicht unbedingt Adam und Eva, aber könnten sie geheißen haben, weil es gibt keine schriftlichen Quellen davon. So, also, was ich Ihnen heute, das war Vorrede, was ich Ihnen heute darstellen will, ist, dass wir etwas vorsichtiger mit dem Integrationsbegriff umgehen müssen. Ich werde Ihnen einen anderen Begriff dafür anbieten und werde Ihnen diese Thesen vortragen. Auf der Wand werden nur die Thesen stehen, den Rest erzähle ich Ihnen so. Die erste These heißt, die gegenwärtige Migrationsdebatte hat nicht nur Migrationsfragen zum Gegenstand, sondern ist ein Trigger eines beginnenden Kulturkampfs. Wir leben in einer Gesellschaft, die ist für alle Beteiligten sehr unübersichtlich und kompliziert geworden. Wir reden in der Soziologie von Komplexität. Ich werde Ihnen den Begriff nachher noch erklären. Es ist ganz interessant, dass sich unsere öffentlichen Debatten in der Bundesrepublik, aber nicht nur in der Bundesrepublik, interessanterweise sehr oft auf sogenannte sichtbare Phänomene beschränken. Wenn Sie die Gesellschaft heute verstehen wollen, dann brauchen Sie eigentlich immer mehr Experten, die Ihnen erklären, wie die Welt funktioniert. Und diese verweisen auf unsichtbare, ich nenne sie digitale Zusammenhänge. Achten Sie mal darauf, worüber wir vor der Flüchtlingskrise vor allem in der Öffentlichkeit diskutiert haben. Die Bankenkrise und Finanzkrise und Staatsschuldenkrise. Kann Ihnen die jemand erklären? Antwort, nein. Selbst die Experten können es Ihnen nicht eindeutig erklären. Und wir kommen zu Erklärungen, die alles bieten, dabei keine Eindeutigkeit. Darf ich ein Beispiel aus dieser Diskussion nennen? Wenn man mit Ökonomen spricht, dann muss man sagen, wäre ein Grexit, der jetzt immer noch auf der Tagesordnung steht, aus rein ökonomischen Gründen wahrscheinlich richtig gewesen, im Interesse übrigens der griechischen Volkswirtschaft. Die Älteren unter Ihnen werden sich womöglich daran erinnern, dass man in Europa, als es noch unterschiedliche Währungen gegeben hat, permanent auf- und abgewertet hat. Das haben Konsumenten und Produzenten gar nicht gemerkt, aber die Währungen haben sich sozusagen gegenseitig so abgeglichen, dass man damit eigentlich eine gute Steuerungsmöglichkeit hatte, Außenhandelsdefizite und Überschüsse in irgendeiner Weise zu bearbeiten. Mit einer gemeinsamen Währung geht das nicht. Was ökonomisch richtig ist, wäre politisch eine Katastrophe. Griechenland aus dem Euroraum rauszunehmen, hätte politische Folgen, die noch extremer wären, als die ökonomischen Folgen, in einer gemeinsamen Währung zu sein. Eine der politischen Folgen wäre, dass so etwas wie eine europäische Integration noch weniger möglich wäre, als es jetzt schon erscheint. Und ich will Ihnen das jetzt gar nicht lang ausdiskutieren. Es gibt übrigens auch einen ökonomischen Grund, warum man diesen Grexit nicht hätte machen sollen. Der besteht darin, dass die reichen Griechen, die ihr Geld außerhalb des Landes gehabt hätten und die Umrechnung in Drachmen nicht mitgemacht hätten, hinterher das Land für relativ wenig Geld, weil sie Euros gehabt hätten oder Dollars oder Yen oder Schillinge, na, Schillinge gibt es ja auch nicht mehr, also all dieses Zeug halt, das Land hätten zurückkaufen können. Und spannenderweise könnte man darüber jetzt lange diskutieren und feststellen, dass sie unterschiedliche Perspektiven haben in dieser Gesellschaft und das eine erscheint aus der Perspektive richtig und aus der anderen falsch. Erklären Sie das mal den Leuten. Man dafür gibt es Soziologen, zu sagen, dass es so sei. Und das ist nur ein Beispiel. Sie können bei fast allen anderen Beispielen etwas Ähnliches finden. Manche von Ihnen beschäftigen sich vielleicht, weil Sie aus ähnlichen Sektoren kommen, mit der Frage etwa der Inklusion, der Begriff wird in einem anderen Zusammenhang gleich nochmal kommen. Also es geht um die Frage, wie Menschen mit Handicaps in Bildungsinstitutionen integriert werden sollen oder nicht. Da gibt es Leute, die sagen, aus moralischen und bestimmten Gründen, überall, überall, alle. Aus wissenschaftlichen Gründen wissen wir inzwischen, dass das womöglich nicht die richtige Lösung für alles ist. Und ich will jetzt gar keine Position vertreten. Ich will nur sagen, sich widersprechende Sätze können richtig sein. Beide. Und das ist ein Problem. Und deshalb wird es immer deutlicher, dass in öffentlichen Diskursen sich die Politik, vor allem populistische Formen der Politik, auf Sichtbares kaprizieren. Auf Sichtbares heißt, Migranten sind ein Gottesgeschenk für diejenigen, die die Welt einfacher erklären wollen. Sie sehen anders aus, sie reden anders, sie haben einen anderen kulturellen Hintergrund. Noch besser ist, wenn sie eine dunklere Hautfarbe haben, weil es ist noch sichtbarer. Und das meine ich gar nicht zynisch, sondern das Interessante ist ja, dass ostentative Merkmale uns mit Informationen versorgen, und zwar mit mehr Informationen, als eigentlich da sind. Und insofern kann man tatsächlich sagen, dass die gegenwärtige Debatte über Migration eben nicht nur über Migration geht, sondern ein Symbol ist für eine Gesellschaft, die sich offenbar selbst immer schwerer beschreiben und erklären kann. Und darin entsteht so etwas wie ein Kulturkampf. Ich werde in der allerletzten These darauf auch nochmal zurückkommen. Aber dieser Kulturkampf besteht darin, dass wir in der Gesellschaft schon Leute unterscheiden können, auf der einen Seite diejenigen, die mit Abweichungen relativ leicht umgehen können. Das sind meistens urbane, relativ gebildete, ökonomisch nicht ganz abgehängte Mittelschichten. Und es gibt Gruppen in der Gesellschaft, das muss man schlicht auch empirisch zur Kenntnis nehmen, die diese Ressourcen nicht haben. Und das hat wenig mit ökonomischen Ressourcen zu tun, aber viel mit Erfahrungsressourcen, mit Abweichung und Pluralität umgehen zu können. Meinen Studenten versuche ich immer zu erklären, sie sollten sich diese Gesellschaft mal ganz ohne Migrationsfolgen vorstellen und vergleichen die heutige Gesellschaft mit der der 1950er Jahre. In den 1950er Jahren gab es eine relativ klare Zuordnung der Menschen zu Konfessionen, zu Milieus, zu Familien, zu Regionen. Heute gibt es mehr internationale Mobilität, als es Binnenmobilität in Deutschland in den 1950er Jahren gegeben hat. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Da war es schon eine Information, ob man in München oder in Nürnberg lebt. Heute kann man fast despektierlich als Münchner zumindest sagen, dass Nürnberg im S-Bahngürtel von München liegt. Das wollen Sie natürlich nicht hören, ist klar, aber der ICE braucht nur eine Stunde. Ich brauche also von zu Hause zu meinem Institut auch nur 45 Minuten. Das ist nicht viel länger. Äh, nicht viel länger ist jetzt mathematisch sehr gewagt. Es ist nicht viel kürzer. Ja, also. Spannenderweise gibt es diesen Kulturkampf. Und man muss leider Gottes sagen, dass die politischen Akteure, die großen politischen Akteure, diesen Kulturkampf nicht früh genug wahrgenommen haben. Ich rede noch nicht über Migration. Wenn Sie sich angucken, die beiden großen politischen Kräfte der Bundesrepublik. Und Deutschland ist das stabilste Land, was man sich im politischen Raum überhaupt vorstellen kann. Europaweit. Also denken Sie an unser Parteiensystem, das sich ja kaum geändert hat. Denken Sie an die Länder um uns herum, was sich dort im Parteiensystem geändert hat. Als ich mich angefangen habe, für Politisches zu interessieren, für Politisches zu interessieren, da gab es in Italien noch die Demokrazia Christiana. Können Sie sich an die erinnern? Das war der Staat selbst. Man hätte eher gedacht, der Papst wird evangelisch, als dass die Demokrazia Christiana verschwindet. Sie ist weg. Und die jungen Leute unter Ihnen haben wahrscheinlich noch nie was von der Demokrazia Christiana gehört. Und in Deutschland ist es durchaus anders. Und wenn Sie an die historischen Leistungen der beiden großen politischen Kräfte denken, an die Union und an die Sozialdemokraten, dann muss man sagen, ist es beiden eigentlich gelungen, bestimmte Milieus zu binden. Die Union hat große historische Leistungen, die bürgerlichen Schichten nach dem Zweiten Weltkrieg mit der westlichen Lebensform versöhnt. Die Westintegration durch Adenauer war eine Riesenleistung und hat Geschichten damit versöhnt, die davon nichts wissen wollten. Und die Sozialdemokraten haben in den 1970er Jahren sozialen Aufstieg nicht nur versprochen, sondern auch praktisch ermöglicht. Eine Riesenleistung. Und beide großen politischen Kräfte leben eigentlich noch von der Folklore aus diesen Zeiten und interessieren sich eigentlich nicht für die neuen Kulturkämpfe, die es zurzeit gibt. Und deshalb fällt auch dieses Migrationsthema sozusagen durch den Rost, weil man sich eigentlich nicht dafür interessiert, nicht für Migration selbst, sondern warum es eigentlich so ein Symbol ist für einen Grundkonflikt in der Gesellschaft, der nicht bearbeitet wird. So, zweite These. Die Integrationsdebatte wird unrealistisch geführt, als würde in Gemeinschaften und nicht in Gesellschaften integriert. Die Unterscheidung von Gemeinschaft und Gesellschaft ist eine soziologische Unterscheidung, die von Ferdinand Tönnies und Max Weber stammt. Das müssen Sie sich nicht merken. Sie hat es aber in sich. Die Frage ist, wie stellen wir uns ein Gemeinwesen vor? Stellen wir uns ein Gemeinwesen wie eine Gemeinschaft oder wie eine Gesellschaft vor? Ferdinand Tönnies hat es so beschrieben. Eine Gemeinschaft funktioniert idealtypisch gesehen wie ein Dorf. In einem Dorf funktioniert soziale Integration so, dass alle Menschen sich wechselseitig mehr oder weniger kennen und jeder einen festgelegten Ort hat, den er übrigens innerhalb der Struktur auch nicht verlassen kann. Die Familien sind nach einer bestimmten Rollenverteilung angeordnet. Sie sind so gewissermaßen festgelegt darauf, dass die Kinder aus diesen Familien so etwas Ähnliches machen wie die Familien selbst. Es gibt eine starke soziale Kontrolle, die sich vor allem darin niederschlägt, dass die Menschen alle prinzipiell das gleiche Glauben, nehmen Sie jetzt bitte nur als Symbol, das gleiche Glauben heißt, es gibt eigentlich wenig Variationsmöglichkeiten im Hinblick auf ethische, auf religiöse, auf moralische, auf ästhetische und sonstige Urteile. Symbolisiert, können Sie heute in Dörfern noch sehr schön sehen, durch den gemeinsamen, wenn Sie jetzt den sagen wir mal deutschen Fall nehmen, christlich-deutschen Fall nehmen, symbolisiert im sonntäglichen Kirchgang mit einer klaren auch noch Geschlechterunterscheidung, die einen gegen kochen, die anderen gegen trinken. Nehmen Sie das sozusagen nur als ein Symbol, ich polemisiere darüber gar nicht, hochintegrierte, wunderbare Lebensformen mit wenig Variationsmöglichkeit. Wenn dort von außen jemand kommt, bleibt ihm eigentlich nichts anderes übrig, als dazugehören zu wollen und all das, was dort geschieht, mitzumachen. Das heißt, Integration würde hier bedeuten, sozusagen, die Leitkultur eines solchen Ortes aufzusaugen und mitzuleben. Da gab es nämlich sowas wie eine Leitkultur. Der Soziologe Emil Dürkheim, Begründer der Frankophonen, Soziologie, sprach von einer Conscience Kollektiv, von einem Kollektivbewusstsein, das in solchen Sozialstrukturen da war. Das können Sie zum Teil heute noch in gut funktionierenden Dörfern tatsächlich Lysée, die funktionieren heute natürlich anders, aber das ist eigentlich der Idealtypus von Gemeinschaft. Eine Gesellschaft funktioniert anders. Eine Gesellschaft, und da hat Tönnies gesagt, das ist wie eine Großstadt funktioniert, wenn Sie so als Bild wollen. In einer Großstadt bewegen Sie sich und treffen am Tag ganz viele Leute, die Sie nicht kennen, die Ihnen fremd sind und fremd bleiben. Sie haben aber mit viel mehr Menschen zu tun als auf dem Dorf. Und Sie begegnen diesen Menschen in dem, was Soziologen Partialrollen, also Teilrollen nennen. Also wenn ich eine Fahrkarte kaufe, gut, heute kauft man das alles mit dem iPhone, aber wenn man noch an einen Schalter gehen würde, man würde sagen, ich hätte gerne einen Fahrschein nach Nürnberg, dann wird der Mensch am Schalter mich wahrscheinlich nicht in ein Gespräch darüber verwickeln, wie ich denn meine Kindererziehung organisiere, oder ob ich an die Fleischwerdung Gottes in Jesus Christus glaube. Nehmen Sie das nicht als witziges Beispiel, das sind ja Themen, über die man reden kann, aber nicht am Fahrkartenschalter. Und wenn ich zu einem Priester gehe, in einem großstädtischen Zusammenhang, dann gilt es umgekehrt. Der wird sich viel weniger dafür interessieren, wo ich hinfahre, als das in früheren Sozialformen der Fall gewesen ist. Wenn ich zum Arzt gehe, ist es eine der sieht mich womöglich nackt oder guckt in mich rein. Also noch viel tiefer, als man selber gucken kann. Der weiß mehr über die Funktionen meines Körpers als ich selbst. Zum Teil geht es um ganz intime Dinge, Krankheiten, Tod, Sexualität. Aber alles andere interessiert ihn gar nicht. Und es wäre befremdlich, wenn er darüber reden würde. Ich halte vor Ihnen einen Vortrag und über mich müssen Sie nur die hübschen Sätze wissen, die man über so einen Professor sagt. Über mich wissen Sie dadurch nichts und das ist gut so. Und ich weiß über Sie auch nichts und das ist gut so. Und das ist vor allem nicht nötig. So eine Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass wir Geschäfte zum Beispiel miteinander machen können, nicht obwohl, sondern weil wir nicht eng miteinander gekoppelt sind. Es ist interessant, die Händler, sagt Tönnies, Adam Smith hat das auch beschrieben. Die Händler sind eigentlich diejenigen, die die erste Sozialform waren, die so toll waren, dass sie eigentlich sozusagen die Dörfer abgeklappert haben und überall eigentlich nur in der Teilrolle des Händlers relevant waren. Deshalb waren das übrigens oftmals auch Leute, die ein bisschen aus der Struktur herausgefallen sind. Interessanterweise war das unter anderem eine der Funktion, die Juden in der europäischen Gesellschaft hatten, weil sie zum Teil in den städtischen Strukturen nicht aufgehoben werden konnten. So, wie kommt man in so eine Gesellschaft rein? Also stellen Sie sich vor, Sie kommen als Fremder oder Fremde in eine Stadt. Was machen Sie da den ganzen Tag? Sie versuchen unterschiedliche Andockstellen zu finden, die Sie selbst organisieren müssen. In der Gemeinschaftsstruktur organisieren Sie nichts selbst. Da ist alles schon für Sie organisiert. Ich sage meinen Studenten immer, wenn sie das ästhetisch verstehen wollen, stellt euch vor, ihr würdet mit einem Aufnahmegerät für Interviews mit einer Zeitmaschine ins Mittelalter zurückversetzt und sollt biografische Interviews mit den Leuten machen und fragt mal jemanden auf einem Dorf, wann haben sie sich entschieden, Bauer zu werden? Da wird die Frage nicht verstehen. In einer modernen Gesellschaft wie heute gibt es auch viele Bauern, die natürlich gar nicht darüber nachgedacht haben, ob sie es werden sollen oder nicht, die aber Gründe dafür nennen können, warum sie es geworden sind, weil sie danach gefragt werden können und auch gefragt werden. So, und wenn man jetzt glaubt, dass man Integration immer noch so denken kann, wie Integration in eine Gemeinschaft und so reden viele Leute über Integrationsfragen, hat man gar nicht verstanden, wie die eigene Gesellschaft funktioniert. Also diese Debatten werden unrealistisch geführt. Es wird so getan, als würden Leute von außen kommen und müssten sich die europäische oder die deutsche oder die christliche oder wie auch immer man die Kultur nennen soll, die fränkische oder die bayerische Kultur vorstellen und müssten die jetzt übernehmen, um dort zu leben. Natürlich muss man das ein oder andere übernehmen. Also dass überhaupt öffentliche Diskurse darüber geführt werden, ob Migranten, wenn sie kommen, die Sprache lernen sollen oder nicht, das finde ich irre. Anstatt darüber nachzudenken, wie kann man so viele Angebote machen, dass die gar nicht auf die Idee kommen, die Sprache nicht zu lernen. Und wer es nicht tut, dem müsste man durchaus mit geeigneten Mitteln auch darauf hinweisen, dass selbst Oberbayern Hochdeutsch lernen müssen heute. Ich halte seit 20 Jahren meine Vorlesung in München immer noch nicht in der Landessprache. Nach 25 Jahren mache ich das. Ich man müsste dazu noch viel mehr sagen, aber es ist ein bisschen deutlich geworden, dass wir den damit ist auch noch nichts über Migration selbst gesagt, dass das alles einfach ist. Einfach ist, was Migration angeht, überhaupt nichts. Null. Das ist nicht die Botschaft, zu sagen, wenn wir die Begriffe umstellen, ist alles gut. Einfach ist gar nichts. Es ist riesen kompliziert und saumäßig anstrengend für alle Beteiligten, für die Aufnahmegesellschaft und für Migranten. Immer. Immer gewesen, wird immer so bleiben. Wer was anderes erwartet, ist naiv. Aber es macht schon einen Unterschied, ob man erwartet, dass jemand mit Haut und Haaren in eine Struktur reingeht, wie in einer Gemeinschaft, oder ob wir einen realistischeren Begriff davon machen, was denn diese Integration, wie wir sie so schön nennen, eigentlich heißen soll. Deshalb sagt meine dritte These, wenn man wirklich von Integration redet, dann setzt das einen Behälter voraus und deshalb ist Integration auch nicht wünschenswert, weder faktisch noch begrifflich. Ich werde in meiner fünften These behaupten, dass problematische Migrationsmilieus zu stark integriert sind, aber das kommt gleich erst. Also Integration setzt einen Behälter voraus, der sozusagen so tut, als seien wir Teile eines Behälters. Eine Gesellschaft ist aber kein Behälter. Also ein Behälter können sich vorstellen, dass man irgendwie da drin ist. Wenn man drin ist, ist man drin, mit Haut und Haaren und kommt auch nicht wieder raus. Eigentlich sind wir in der modernen Gesellschaft immer raus. Wer von ihnen hat Kinder? Sie wissen, was das große Problem ist, Kinder groß zu ziehen. Also abgesehen davon, was sie sonst überhaupt machen, aber was heißt das eigentlich, die groß zu ziehen? Was heißt es, dass die aus ihrer Kindheit in eine Jugend und Erwachsenenleben reinkommen? Es heißt eigentlich nicht, dass sie in einen Behälter reinkommen, nur dass sie in der Gesellschaft sind, sind die noch lange nicht da, sondern sie müssen in der Lage sein, selbst einen Ort in einer Gesellschaft zu finden, die nicht auf sie gewartet hat. Niemand hat auf irgendjemand von ihnen gewartet. Sie sind der Gesellschaft alle vollkommen egal. Nicht konkreten Leuten, aber der Gesellschaft selbst. Es gibt für niemanden einen vorhergesehenen Platz. In früheren Gesellschaften gab es genau diesen Platz. Den gibt es heute nicht. Zum Beispiel müssen wir entscheiden, was lernen wir, auf welche Schulen gehen wir, welchen Beruf ergreifen wir. Wir müssen sogar unsere Ehepartner selbst suchen. Das ist eine historisch vergleichsweise späte Erfindung. Also auch hier, wir denken jetzt irgendwie an muslimische Kulturen oder so etwas. Das ist hier auch so gewesen. Ehen waren eigentlich immer arrangierte Ehen, weil die Ehe vor allem eine ökonomische Veranstaltung gewesen ist. Und jetzt soll man das selbst entscheiden. Dafür hat man übrigens die romantische Liebe erfunden, als eine Art unrealistischer Blick auf den Anderen, der gewissermaßen mit unsicheren Zukunften umgeht und damit stärkere Emotionen produziert, damit diese Entscheidung leichter wird. So beschreibt der Soziologe romantische Liebe. Weil die Gesellschaft eben kein Behälter ist, bei dem jeder immer schon einen Platz hat. Und das Spannende ist, zu sehen, dass das Leben in einer modernen Gesellschaft genau deswegen unglaublich anstrengend ist. Es ist komfortabler als in früheren Gesellschaften, weil es Gesundheitsversorgung gibt, weil es mehr Hygiene gibt, weil es in dieser Gesellschaft, zumindest in unseren Regionen, keinen Hunger gibt. Übrigens auch interessanterweise auch weltweit gesehen immer weniger, auch wenn die sozialen Ungleichheitsverhältnisse in der Welt radikal groß sind, aber auch das ist nicht nur so, dass sich nur bei uns in unseren Regionen etwas entwickelt, es entwickelt sich überall interessanterweise, selbst in Regionen, die schlecht regiert sind. Wir haben pazifizierte Räume, also befriedete Räume, die wir uns in früheren Gesellschaften nicht vorstellen können. Wir können durch Großstädte gehen, zumindest durch die meisten Teile der Großstädte, ohne bedroht zu sein. und wir sind uns einander fremd. Und was das für eine Ressource ist, das wissen diejenigen, denen das nicht gelingt. Und das gelingt interessanterweise Leuten, die ein ostentativ sichtbares Merkmal haben, andere zu sein, weniger. Also wenn ich Sie ansprechen darf, wenn man schwarz ist, wird man wahrgenommen als schwarz. Ich sehe Sie auch. Also das ist eine interessante erkenntnistheoretische Idee. Versuchen Sie mal, an einem schwarzen oder einer schwarzen oder jemandem mit einem Kopftuch oder sonst was vorbeizusehen. Wenn Sie das bewusst tun, sehen Sie erst recht. Und diejenigen, an denen Sie bewusst vorbeigucken, sehen das auch erst recht. Das heißt, es ist ganz spannend, dass man an diesen Beispielen sehen kann, was das für eine Ressource ist, nicht gesehen zu werden. Das ist eine, das ist also die Kulturkritik immer zu sagen, wir seien in dieser Gesellschaft vereinzelt. oder keine Freunde, eine Gesellschaft, die auf Freundschaft aufgebaut werden muss, wird automatisch eine autoritäre Gesellschaft. Wir müssen nicht Freunde sein, wir müssen uns indifferent miteinander verhalten, zivilisiert und indifferent. Der andere muss uns egal sein. Fahren Sie mal in Städte, in denen die Menschen diese Diversität anders aushalten. Die Stadt, an der man das vielleicht am besten lernen kann, ist New York City. weiß ich, wer von Ihnen schon in New York City war. Wenn man das erste Mal dort ist, wird man erstaunt darüber sein, wie wenig erstaunt die Leute darüber sind, wie viele Kuriositäten es gibt. Und es gibt da wirklich Kuriositäten, die finden Sie in Ihrer U-Bahn hier nicht. Aber die Leute gucken cool dran vorbei und können deshalb auch stehen bleiben, wenn Ihnen eine Kuriosität interessant erscheint. Das sieht nicht aus wie Zoo, sondern das sieht dann aus wie Kuriosität, die man sich anguckt. Das ist ein großer Unterschied. Und das ist das Spannende eigentlich, dass wir eben nicht in Gesellschaften leben, die Behälter sind, sondern wir suchen uns unsere Plätze. Deshalb ersetze ich den Begriff der Integration durch einen Begriff, den Sie aus einem anderen Zusammenhang kennen, durch Inklusion. Das ist ein soziologischer Begriff, wie wir die Begriffe nennen, ist nicht so wichtig, aber es geht um das Verständnis. Inklusion in der modernen Gesellschaft ist eine unkoordinierte Form multiple Andockstellen und Ausdruck gesellschaftlicher Komplexität. Multiple Andockstellen, das ist das Wichtigste. Denken Sie mal an Ihr eigenes Leben. Woraus besteht das? Sie sind Menschen, die Familien angehören. Alle. Selbst diejenigen, die nichts mit ihrer Familie zu tun haben wollen, müssen das aktiv tun. Die gehören einer Familie an. Sie haben eine Arbeitsstelle. Wenn Sie keine haben, suchen Sie eine. Das heißt, Sie sind beruflich irgendwie in die Gesellschaft integriert oder inkludiert. Sie sind politischer Bürger oder Bürgerin. Sie lesen Massenmedien. Sie unterscheiden sich im Hinblick auf Konsumstile. Konsum, es wird total unterschätzt. Konsum individualisiert uns unglaublich mit paradoxen Vorgängen. Kaufen Sie dieses T-Shirt, Es unterstreicht Ihre Individualität. Wir haben es hunderttausendfach verkauft. Es ist nicht als Kritik an Konsum gedacht, das funktioniert. Genau in der Form. Also dieses schwarze Zeug, ich habe nur so schwarze Sachen, die sehen gut aus. Es ist sozusagen, ich habe also wirklich nichts anderes, nur schwarz, manchmal so ein fröhliches Frühlingsgrau noch, aber es ist sozusagen so, dass man sagen kann, das ist ja nichts Besonderes, das gibt es hunderttausendfach Leute, die nur so schwarzes Zeug anhaben. Aber es unterstreicht meine Individualität. Das ist komisch. Also Konsum ist entscheidend. Es ist auch die Idee, dass wir eine biografische Geschichte über uns selbst erzählen können. Jeder von uns, wenn er gefragt wird, wer er ist, kann eine relativ individuelle Geschichte über sich erzählen. Historisch eine späte Erfindung, das gibt es noch nicht so lange. Dass es überhaupt Anlässe gab, sich zu erzählen. Also im christlichen Bereich ist es die Beichte gewesen, als eine der ersten Institutionen, die uns dazu gezwungen hat, zu sagen, ob ich mir selbst erklären kann, warum ich eigentlich einen Fehler gemacht habe, den man Sünde nennt. Noch schlimmer ist, wenn man auf keinen Fehler kommt. Das ist Ausdruck der Erbsünde, dass ich nicht krebskritisch genug bin, mir gegenüber. Sie lachen, Sie gehen offenbar nicht zur Beichte. Oder sind Protestanten, die machen das am Tisch und tun das, als wäre das eine Alltagssituation. Ich bin Katholik. Also nehmen Sie es nicht als witziges, sondern das sind die Androcksstellen an die Gesellschaft. Und das wird uns allen selbst zugerechnet. Wenn Sie keine Arbeit haben, dann können Sie nicht hingehen und sagen, die Konjunktur war schlecht, sondern man fragt, man, welche falschen Entscheidungen haben Sie im Hinblick auf Ihre Qualifikation eigentlich gemacht. Und wenn Sie zu lange keine Arbeit haben, dann wird die Stadt oder eine sonstige Akteur hingehen und Sie in Qualifikationsmaßnahmen stecken und Ihnen etwas beibringen, womit Sie wahrscheinlich hinterher nichts anfangen können, weil die Kurse voll werden müssen und zu viele diese Zusatzqualifikationen bekommen haben. Paradoxe Form. Also in meiner Generation wurden die Leute, die nichts gekriegt haben, alle zu EDV-Experten ausgebildet. Dummerweise sind gleichzeitig die Informatikfachbereiche an den Universitäten größer geworden. Das heißt, man hat dann richtig ausgebildete Informatiker gehabt und dann konnte man die wieder nicht gebrauchen. Also es geht um die individuellen Androcksstellen an die Gesellschaft und das gilt für Migranten und für Nicht-Migranten gleichermaßen. Nur für Migranten ist es natürlich komplizierter. Also was mich vor allem an den linksliberalen, soll man sagen, Befürwortern von Migration so nervt, wirklich nervt, muss ich sagen, das ist eine überhebliche Form, die bisweilen hingekriegt. Warum es eigentlich nicht gelingt, das völlig unproblematisch zu halten, die Sache mit der Integration oder der Inklusion. Natürlich ist es schwierig, in so einer Gesellschaft Andockstellen zu finden und jedes Merkmal, das sie haben, dass sie bei der Suche nach diesen Andockstellen in irgendeiner Weise, was soll man sagen, benachteiligt, dass vielleicht der falsche Ausdruck irgendwie abweichen lässt, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es schwieriger ist, die richtigen Positionen zu bekommen. Das ist übrigens nicht nur ein migrantisches Schicksal, sondern das gilt auch für alles andere. Also die Gesellschaft ist immer noch, obwohl Schichtung inzwischen eine völlig andere Bedeutung hat, als noch vor zwei Generationen, sehr stark durch Schichtung geprägt. Also wir würden ja immer sagen, dass so viele Leute Abitur machen, ist eigentlich eine tolle, wie soll man sagen, Demokratisierung der Gesellschaft. Stimmt zum Teil gar nicht, weil dadurch nämlich durch die Hintertür die habituellen Dinge, die jemand aus einem bürgerlichen Haushalt bekommt, eine größere Bedeutung bekommen, als das vorher der Fall war. Mit den habituellen meine ich, man kann Leuten ansehen, ob sie aus einem bildungsnahen oder bildungsfernen Haushalt kommen. Und die, die aus dem bildungsnahen kommen, haben meistens Ressourcen ihr Leben lang, die andere schwer kompensieren können. Man kann sagen, das ist doof. Okay, ist auch vielleicht doof. Aber es ist so. Pierre Bourdieu, einer der größten Soziologen, die gelebt haben, hat ein Buch geschrieben, 1968, die Illusion der Chancengleichheit. Es ist interessant, dass die Andockstellen für gerade Migranten in Gesellschaften mit schwachem Wohlfahrtsstaat und flexiblerer, liberalerer, viel grundkapitalistischerer Wirtschaft leichter sind, als in Ländern mit starkem Wohlfahrtsstaat, in denen viel durchorganisiert ist. Das hört sich paradox an. Die Unternehmerquote in klassischen Einwanderungsländern, die fast alle eher wirtschaftsliberalen Länder sind, ist höher als in Ländern wie unseren. Das ist kein Plädoyer, dafür den Wohlfahrtsstaat abzuschaffen. Also denken Sie nicht, ich mache jetzt hier Trumponomics oder sowas, sondern es ist aber ein empirisch interessanter Sachverhalt, der genau damit zu tun hat. So, hoffe, es ist deutlich geworden, was ich sagen will. Fünfte These. Problematische migrantische Milieus sind zu stark integriert. Das müsste sich jetzt erschließen, der Satz. Wenn ich unter Integration verstehe, dass man zu stark in einem konkreten Behälter lebt, dann ist sozusagen das, was man problematische migrantische Milieus nennen kann, die es in der Gesellschaft gibt. Und man muss sich fragen, was ist das Migrantische daran? Entschuldigung, was ist das Problematische daran? Das Problematische ist ausschließlich, das kann man messen, sozialwissenschaftlich messen, dass Leute sehr stark integriert sind in Gruppen, die so gut wie keine Kontaktstellen außerhalb der eigenen ethnischen Gruppe haben. Das darf man übrigens, das ist nicht verboten. Die Leute kommen bei der Leitkulturdiskussion immer und sagen, im Grundgesetz würde die Leitkultur stehen. Das ist ein Bildungsproblem bei den Leuten. Die müssten da mal reingucken. Die liberale Verfassung ist nicht an uns gerichtet, sondern an den Staat, der keine Gesetze erlassen darf, die die Menschen ungleich oder würdelos oder so etwas behandelt. Im Grundgesetz steht nicht, wie wir zusammenleben sollen. Man muss es wirklich mal deutlich sagen, es steht da nicht drin. Und ich sage, Gott sei Dank, steht das da nicht drin. Das Grundgesetz schützt alle möglichen Dinge, auch Dinge, die wir womöglich nicht haben wollen. Die interessante Frage ist, wie kriegt man Leute aus solchen sehr stark integrierten Gruppen raus? Das ist kein Argument gegen ethnische Selbstidentifikation oder gegen religiöse Selbstidentifikation. Keineswegs. Das wäre übrigens vom Grundgesetz nicht gedeckt. Sondern es ist ein Argument, bei dem man sagen kann, problematische migrantische Milieus, das heißt solche, bei denen es vor allem in der Generation danach nicht gelingt, die Ressourcen zu erwerben, mit denen man die Andockstellen, von denen ich gerade gesprochen habe, erwerben kann oder finden kann. Also Kinder sind meistens diejenigen, die am ehesten von zu stark integrierten Gruppen negativ betroffen sind. Bildungsverlierer in der dritten Generation der Arbeitsmigranten. Also das ist eine ganz spannende Geschichte, wenn Sie die Arbeitsmigration sich angucken. Wissen Sie eigentlich, wer die problematischste Gruppe von den Arbeitsmigranten war, aus welchem Land die kamen? Raten Sie mal. Bitte? Italien, das sind Katholiken und gute Fußballer. Also Leute wie wir. Also die Türken sind auch gute Fußballer, aber keine Katholiken. Und ernsthaft gesprochen, spannenderweise, also eine Gruppe, bei der man jetzt nicht sagen würde, das ist eine total kulturell unfassbar fremd, kann nicht funktionieren oder religiös, wie soll man sagen, verdächtig, soweit man Katholiken nicht für religiös verdächtig hält. Es gibt Regionen, auch hier in der Gegend, wo man das in der Tat denkt. Also in den USA, es ist im ganzen mittleren Westen, werden Katholiken gar nicht als Christen zum Teil, kein Witz, das betrachtet, aber das wollte ich jetzt nicht diskutieren. Spannend ist, dass es sozusagen Gruppen sind, denen es nicht gelang, durch sehr starke Orientierung an der eigenen Ausgangsgruppe, die Fähigkeiten zu entwickeln, in dieser Gesellschaft fremd zu werden. Also fremd im Sinne von, dass das ethnische Merkmal nicht das einzige ist, was Informationen über sie produziert. ist. Das ist ein wichtiger Hinweis, soziologisch gesehen, für alle sogenannten Randgruppen. Also Randgruppen wären die, die zahlenmäßig kleiner sind als der Rest und Frauen. Wo man sagen muss, dass dieses Merkmal nicht das einzige ist, was wir als Information brauchen, um etwas über die Person zu sehen. Also nehmen Sie mal ein ganz anderes Beispiel. Ein Rollstuhlfahrer ist dann gut integriert, wenn der Rollstuhl aus dem Blick gerät. Dann kann man übrigens mit dem Rollstuhlfahrer Witze über den Rollstuhl machen. Vorher nicht. Dass sozusagen die Rollstuhlfahrer, also Sie kennen das ja, dass viele sozusagen daraus selber einen Punkt machen und eigentlich den stark auch witzig zum Teil thematisieren, ist ein Hinweis darauf, das Rollstuhlfahren selbst zu entdramatisieren. Und das gilt auch für andere Merkmalen. Und es ist interessanterweise ganz ähnlich, wenn Sie die ganze Geschichte der Frauenförderung sich angucken, haben Sie die interessante Paradoxie, dass Sie sagen müssen, wir müssen, wir wollen eigentlich das Geschlecht unsichtbar machen, müssen es dafür aber stark thematisieren. Ich bringe das in Berufungskommissionen an der Uni immer auf den etwas paradoxen Satz, diese Stelle muss mit einer Frau besetzt werden, weil das Geschlecht keine Rolle spielen darf. Und aus der Paradoxie kommen wir eigentlich nicht raus. Also, wenn über eine Person nur ein einziges Merkmal in den gesellschaftlichen Raum tritt, also ein Kopftuch zu tragen, schwarz zu sein, eine Frau zu sein, eine bestimmte Sprache zu sprechen, eine bestimmte Religion zu haben, was auch immer, dann haben wir es mit zu starker Integration zu tun. Und das Verrückte ist, dass es dort Kräfte von außen und von innen gibt, die das befördern. Also von außen, in dem die Leute nicht daran gewöhnt sind, etwas anderes zu sehen und von innen als gewissermaßen Schutzmechanismus gegen ein Außen. Und spannenderweise ist es, das wollte ich sagen, in der dritten Generation, gerade bei türkischen Migranten gewesen, dass dort erst das Religionsmerkmal diese Ressource geworden ist, eine Identität zu behaupten, die in der Gesellschaft sonst schwer zu kriegen war. Es ist spannend, dass die erste und zweite Generation das Merkmal des Muslimischen eigentlich gar nicht registriert hat, für sich selber in der Lebenspraxis schon, aber das wurde eigentlich nicht zur Kenntnis genommen groß. Das ist doch interessant, ne? Also dass das Islamische eigentlich erst in Europa entstanden ist. Und da das Islamische zurzeit natürlich eine weltpolitische oder geopolitische Bedeutung hat, bietet es sich als identitätspolitisches Merkmal erst recht an. Übrigens seitdem sind wir auch erst wieder ein kritisches Abendland, ein christliches Abendland. Das waren wir bis vor kurzem nicht. Was ich bedauere, ja, also sozusagen das auch zu sehen, dass das auch zu bestimmten kulturellen Formen gehört und zivilisatorischen Entwicklungen, ist vielleicht nicht ganz falsch. Sechste These. Das Problem der Kultur. Es gibt kulturelle Differenzen, daran kann man nicht vorbeigucken. Diese können aber nur praktisch und nicht per Verordnung oder konfessionell bearbeitet werden. Konfessionell meine ich nicht durch Bekenntnisse. Die ganze Leitkulturdiskussion geht in eine völlig falsche Richtung. Wir müssen uns daran gewöhnen, es gibt in der Tat kulturelle Differenzen. Die sind auch manchmal schwierig für alle Beteiligten. Und es gibt auch kulturelle, gerade bei sozusagen Migranten, die durch die Fluchtzusammenhänge hierher gekommen sind, das erfahren wir fast oft, fast immer nur bei denen, die sozusagen selber einen gewissen Bildungshorizont haben und dann darüber berichten, etwa als Journalisten in der Süddeutschen Zeitung gibt es manchmal welche, die schreiben, wie merkwürdig ihnen Selbstverständlichkeiten im modernen Alltag erscheinen. Das ist sehr interessant zu lesen. Man müsste vielleicht selbst auch mal öfter mal irgendwo hingehen und sehen, wie merkwürdig manche Dinge uns erscheinen und wie merkwürdig wir angesehen werden. Und es gibt ein Problem, muss man auch ganz klar sagen, mit bestimmten Formen des Islam. Das gibt es. Da kann man nicht dran vorbeigucken. Aber zu glauben, dass man über ein Bekenntnis, das man von den Leuten verlangt, das ostentativ ausgesagt werden muss, die Probleme bearbeiten kann, das ist naiv. Ich benutze den Begriff Kulturkampf. Diejenigen unter Ihnen, die sich da ein bisschen auskennen, wissen, dass es in Deutschland schon mal einen Kulturkampf gab unter Bismarck zwischen Katholiken und dem preußischen Staat. Also so wie heute über Muslime geredet wird, wurde damals über Katholiken geredet. Und gucken Sie sich die Dokumente an, es war fast gleich. Man hat Katholiken nicht für Leute gehalten, die zurechnungsfähig sein können, weil sie Loyalität einem Machthaber gegenüber haben, der eigentlich dieses Land unterwandern will. Also dieses Land war Preußen. Also das Deutsche Reich war damals gewissermaßen unter preußischer Führung, wenn man so will, und hat dann viel, also preußisch-protestantischer Führung natürlich. So, und diese Idee, dass man das eigentlich nicht über Bekenntnisse nur machen kann, sondern immer nur praktisch, das ist das, was jegliche Form von Integrationspolitik leiten muss. Von den Leuten zu verlangen, zu unterschreiben, dass sie dem Grundgesetz zustimmen und dass sie die christlich- abendländische Kultur gut finden und dass sie anderen die Hand geben. Das ist bestenfalls naiv. Und das Schlimmste bei dieser Geschichte, die de Maizière vor zwei oder drei Wochen gemacht hat, war, ich meine, der ist ja kein schlechter Kerl, der de Maizière, wirklich nicht, dass er das auch noch gut gemeint hat. Das ist die schlimmste Information daran. Also wenn das jetzt jemand wäre, der irgendein Populist wäre, der sowas verlangt und genau weiß, dass man damit irgendwie eine blöde Form von Politik machen kann, dann wäre es ja okay, dann kann man sagen, Spinner weg. Aber das ist er nicht. Und das ist eigentlich das, was sich sozusagen eine bestimmte konservative Form, jetzt völlig unabhängig von Parteizugehörigkeiten, so vorstellt. Ich möchte nicht wissen, wie die Bekenntnisse zu Deutschland und zu den Praktiken, die wir rechtlicher Art hier so kennen und zur Demokratie von den meisten in der Bevölkerung semantisch konkret aussehen. Ich will es nicht wissen. Und die Dinge funktionieren auch, das weiß der Soziologe, nur wenn sie latent bleiben. Und sie müssen auch hier latent bleiben. Aber praktisch kann man das machen, wenn man sozusagen die Dinge sieht. Es ist unterstritten, ob die Kontakthypothese stimmt. Ja, also ob gemeinsamer Umgang die Dinge nivelliert. Aber das ist die einzige Form, mit der das geht. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, habe ich ja gesagt. Ich meine, im Ruhrgebiet war es ganz interessant, dass der höchste Integrationsfaktor eigentlich immer war, dass die Leute unter Tage quasi aufeinander angewiesen waren. Die haben immer den Witz gemacht, dass man unter Tage sowieso nicht sieht, ob es ein Türk oder Deutscher ist. Es war so laut, dass man nicht hören konnte, was sie sagen. Und dunkel waren sie alle, weil sie durchschmutzig waren. Und das hört sich wie ein Witz an. Aber man muss erst mal auf solche Formen kommen, dass es nur praktisch funktioniert, nicht durch Konfessionen. Es ist ganz interessant, die Rassismusdiskussionen in den Vereinigten Staaten wurden in den 60er Jahren begonnen, als man gesehen hat, dass es fast keinen Schwarzen, auch wenn sie gut gebildet waren, in Unternehmen gelungen ist, irgendwie bessere Positionen zu erreichen. Da hat man Anthropologen in die Unternehmen geschickt, also Ethnologen heißen die auf Deutsch, die dann nachgewiesen haben in Vorträgen, dass Schwarze auch richtige Menschen sind. Und was ist dabei rausgekommen? Das Gegenteil. Stellen Sie mal vor, Sie begegnen jemandem und sagen, das ist auch ein richtiger Mensch. Dann ist allein dieser Satz schon ein Hinweis darauf, dass man Zweifel daran haben könnte. Im praktischen Umgang vergessen Sie das sofort. Es ist ganz spannend, dass Kinder erst mal ganz stark darauf, auf solche Unterschiede natürlich, die sind ja interessiert daran, alles was abweicht, ist irgendwie interessant. Und sobald man anfängt miteinander zu spielen, sehen die das nicht mehr. Das ist zum Teil stabiler als das, was ihre Eltern Ihnen an Mist erzählen. Das ist ganz spannend, dass diese praktischen Dinge, Mercedes hat ein ganz tolles Projekt gemacht, Integration an der Werkbank hieß das, wo sozusagen Leute unterschiedlicher Herkunft, eben auch Deutsche und Schwaben und so, gemeinsam etwas praktisch gemacht haben, bei dem es nicht um ethnische Zugehörigkeit geht. Spielt keine Rolle, wenn man sowas machen muss. Ich bin nicht so naiv zu denken, dass dann alle Probleme weg sind. Keineswegs. Aber wenn Sie angefangen haben, miteinander zu reden, ist es viel schwieriger, dem anderen zu sagen, dass er ein Schuft ist. Über alle, die jetzt draußen sind, ist es für uns ganz leicht zu sagen, das sind alles Arschlöcher. Sobald ein so ein Arschloch reinkommt, ist es schwer, ihm das ins Gesicht zu sagen. So, letzte These. Meine Zeit ist auch fast um. Der Grundkonflikt, und damit komme ich wieder an den Anfang zurück, wie ich ihn ja auch angekündigt habe. Im politischen Raum verlagert sich zur Zeit von Verteilungsfragen auf das, was ich die Narrative Authority nenne, ein Kulturkampf um Sichtbarkeiten. Gucken Sie sich den politischen Streit im Moment an. Der politische Streit geht darum, wer welche Sätze sagen darf. Und es geht immer weniger um Verteilungsfragen. Das ist auch ein großes Problem zur Zeit, gerade in linken Diskursen, die denken, dass wenn wir nur die Distributionsfrage lösen, sind alle anderen Probleme weg. Das stimmt heute nicht mehr. Das ist pure Selbstberuhigung. Auch Kapitalismuskritik ist heute zum großen Teil pure Selbstberuhigung. Aber es ist ein anderes Thema. Was wir heute beobachten, ist ein interessanter Kampf darum, was noch sagbar ist und was nicht. Und interessanterweise gilt es nicht nur für die böse rechte Seite. Aber nehmen wir mal die böse rechte Seite. Schauen Sie sich mal an, und es geht mir jetzt nicht um die Person, die Sozialfigur Gauland von der AfD. Sie kennen den alle, also ich meine aus dem Fernsehen und so. Das ist, wenn Sie den vom Habitus, von der Kleidung, von der Sprechweise, von allem her angucken, vor anderthalb Generationen war der in der Mitte der Gesellschaft. In allem. Egal, was der geredet hat, wie der geredet hat, war das eigentlich ein honoriger älterer Herr konservativer Provenienz, der das ausgedrückt hat, was man eigentlich so latent vorausgesetzt hat. Mit leichter Neigung alles Fremde irgendwie doof zu finden, trotzdem so gebildet, dass man in der Lage ist, das irgendwie mit zu berücksichtigen. Das ist ja kein offener Hetzer, sondern mehr so ein Teppich dafür, dass die anderen drüber laufen können. Und es ist sehr interessant zu sehen, dass diese Position heute darum kämpfen muss, anschlussfähig zu sein. Also nehmen Sie das ruhig mal als eine positive Information, dass ein solcher Sozialtyp wie Herr Gauland in der Union so nicht funktionieren würde. Der braucht die AfD dafür. Dass das Problem der Union darin besteht, womöglich manches rechtskonservative Potenzial nicht abzudecken, darüber muss die Union nachdenken. Die wollen bei den weiblichen Großstädtern punkten, sie müssen bei den männlichen Kleinstädtern punkten, damit das abgedeckt wird. Aber das ist eigentlich eine gute Information. Und die gute Information heißt, dass der Kampf um eine narrative Autorität, also das, was man sagen kann. Kann man über Ausländer so reden, wie man es gerne würde? Kann man über Schwarze so reden, wie man es gerne würde? Warum hassen die die Genderforschung so? Es gibt manche Sachen in der Genderforschung, die finde ich auch irgendwie kurios. Aber ich finde in jeder Forschungsrichtung manche Sachen kurios. Darüber kann man inhaltlich reden, das ist auch kein Thema. Aber die finden das generell falsch. Warum eigentlich? Weil es da um Sichtbarkeiten geht. Die sagen, Männer sind keine richtigen Männer mehr und Frauen auch nicht, wenn man so will. Also das ist eine Sichtbarkeit. Warum ausgerechnet dieses Thema? Bei allen anderen Themen, die mit Unsichtbarkeiten zu tun haben, haben diese Leute nichts zu sagen. Die haben kein Steuerkonzept, die haben kein Konzept für Sicherheitspolitik, die haben kein Konzept für Wirtschaftspolitik, die haben kein Konzept für Bildungspolitik, weil es alles viel zu kompliziert ist. Das interessiert die auch einen Scheißdreck. Sondern nur diese ostentativen Geschichten. Und wenn man tatsächlich sagen kann, dass dieser Kulturkampf heute genau darum geht, was die sagbaren Sätze sind, dann gilt das ehrlich gesagt auch für die andere Seite. Vieles von dem, was in der Flüchtlingsdebatte dann auch von linksliberaler Seite kommt, ist bisweilen zu wenig problemorientiert. Als geradezu Gegenbewegung tut man so, als gäbe es überhaupt gar keine Probleme. Das stimmt nicht. Ich würde sagen, so Leute wie wir, die sich dafür positiv interessieren, müssen eigentlich in der Lage sein, die Probleme so zu identifizieren, dass wir in diesem Land erstens richtig anerkennen, dass wir ein Einwanderungsland sind. Und zwar schon lange. Dass wir es auch nicht wieder los werden, das Merkmal, selbst wenn wir es wollten. Und dass man damit aktiver umgehen muss. Wir müssen positive Geschichten über Migration erzählen können. Die kann man in Deutschland erzählen. Im internationalen Vergleich sind wir echt ganz gut. Und wir müssen auch Fehlanpassungen, die es gegeben hat, angemessen diskutieren können. Dann brauchen wir keine AfD mehr, die ausprobiert, was eigentlich sagbar ist. Also das heißt sozusagen, man muss womöglich aus diesem Spiel austreten, dass sozusagen die zu negative Beschreibung zu positive Beschreibungen produziert. Sondern wenn man ein ausgeschlossener Dritter dieser Unterscheidung ist, dann ist man eigentlich derjenige, der in der Lage ist, dazu die angemessenen Sätze zu sagen. Und ich verstehe Ihre Konferenz auch so, dass Sie eben nicht nur sich selbst beweihräuchern wollen und sagen, es läuft alles ganz prima, sondern wir brauchen bisweilen Konzepte, um aktiv Integrationspolitik zu machen, um aktiv auf bestimmte Dinge hinzuweisen, um aktiv zu sehen, dass es Fehlanpassungen gibt, wenn man nicht aufpasst. Und auch historisch zu sehen, dass die Bundesrepublik schon in den 1960er Jahren ein Einwanderungsland war. Und erst Ende der 70er Jahre der erste Politiker, das war Heinz Kühn, Ministerpräsident von Nordrhein- Westfalen der erste war, der sich überhaupt mit diesem Thema angemessen auseinandersetzen wollte und von Politikern aller Parteien, auch seiner eigenen den Sozialdemokraten, ausgelacht wurde, die machen noch keine Probleme, die Türken. Natürlich machen sie keine Probleme, aber es gibt Probleme, die da sind und um die muss man sich kümmern. Und ich glaube, dass dieser Diskurs einfach geführt werden muss. Und zwar nicht nur von denen, die das im Kulturkampfmodus machen wollen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und danke für die Aufmerksamkeit. Applaus 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 Vielen Dank.